Hi, mein Name ist Arne. Wenn ihr schon mal als Backpacker in Australien auf einer Farm arbeiten wolltet, seid ihr bei mir leider falsch. In meinem Projekt Wanderdesign geht es um ein Netzwerk für reisende Kreative, mit dem ihr mit Gestaltern weltweit Kontakt aufnehmen könnt. Mehr verrate ich jetzt noch nicht, den Rest erfahrt ihr auf der Ausstellung. Vielleicht schaffe ich es ja auch ein bisschen Fernweh bei euch zu wecken.